hi freunde was geht meine komplett andere perspektive vom bloggen her es geht heute wieder auf ein fotoshooting mit der nicole ich freue mich mega darauf wir fahren nach heidelberg ich war noch nie in heidelberg aber ich freue mich ist der kalt und sie ist müde ok ich bin noch ein bisschen erkältet aber ein wahres professionelles model lässt sich davon nicht unterkriegen hatte gerade nicht gesagt ja wir sehen uns dann gleich wir sind jetzt endlich in heidelberg angekommen okay was heißt endlich wir sind nicht so lange gefahren wir fahren gar nicht so lange für uns bis nach heidelberg wie geht es dir super gut hier so ein dickes ding dass wir nicht kalt wird hier wollen ich bin noch erkältet das ist so schlimm die straße das sieht so nice aus ihr könnt es nicht richtig erkennen aber das sieht einfach hammer aus ohne witz ich freue mich richtig jetzt schütten ich habe so viele sachen dabei so hemmen und so es wird eher so ein casual vintage shooting in die richtung also ich könnte mich auf die bilder auf jeden fall freuen wie gesagt wie das letzte mal auch schon nicole ist in der infobox verlinkt falls ihr sie nicht kennt schaut auf jeden fall vorbei facebook und instagram und jo wir schuten dann jetzt gleich mal ein bisschen ist halt irgendwie schon voll nice wenn man hier seinen eigenen assistent hat schaut euch mal das an ey das ist so witzig und hier noch klamotten voll und hier die nicole sieht sogar ohne witz hier zu wohnen das wäre hammer nice und jetzt werden wir hier ein bisschen was schütten bis dann wir sehen wir hier weiter ja ja ? 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 Ich bin so lieb. Ich bin so lieb. Ich bin so lieb. Ich bin so lieb. Das war ein James-Hee. Oh Mann. Geil, das ist besser. Mega, geil. Das ist besser. Alter Scheiße, das sieht voll geil aus, Mann. Das ist mein Geil. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt eine Zigarette so im Mund hatte, wo an war. Aber ich hab nicht geraucht. Das ist auch geil. Wir sind mittlerweile jetzt fertig schon mit dem Shooting und eigentlich auch schon so gut wie daheim, oder? Wo sind wir? 20 Minuten. Also in 20 Minuten sind wir daheim. Ich war jetzt in der Zwischenzeit schon fleißig am schneiden von dem Vlog und ja, was wollte ich sagen, ich hatte noch eine Frage an euch und zwar, was haltet ihr denn davon, wenn ich mal ein paar Bilder von dem Shooting von mir mit der Nicole verlosen würde. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde euch die Bilder mal auf jeden Fall hier verlinken, wenn ich schon welche habe. Und checkt auf jeden Fall der Nicole ihre Facebook-Page aus und der Instagram-Account. Ich verlinkt euch alles in die Infobox. Da kommen die ganzen Bilder von mir online und auf meinen privaten kommen auch ein paar Bilder online. Schaut auf jeden Fall dort überall vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht gehe ich mit meiner Schwester noch was essen oder so. Und wenn nicht, dann halt nicht. Sehen wir gleich. Ich frage mich jetzt, warum das hier so dunkel ist, weil ich beleuchte mich gerade mit meinem Handy. Eigentlich ist es hier voll hell. Ich check es gerade selber nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade noch essen. Hier im Mac. Eigentlich wollten wir nur eine Kleinigkeit essen und jetzt essen wir doch was richtiges. Ja gut, hab ich gesagt. Mhhh. Naja. Ja. Wollten wir uns Update geben. Und hier always. Always working here. Nice.